In den Autoservicetagen adressieren wir vor allem markengebundene Autohäuser, Geschäftsführer, Inhaber, Serviceverantwortliche. Uns geht es darum, dass die Teilnehmer hier möglichst viele Impulse fürs Tagesgeschäft mitbekommen. Aber wir schauen natürlich auch in die Zukunft. Hier interessieren uns vor allen Dingen die digitalen Themen im Aftersales. Kundenzufriedenheit erzeugt Kundenbindung. Das wissen die Serviceprofis auf den Autoservicetagen. Doch wie lassen sich die Potenziale im Aftersales optimal ausschöpfen? Wissen Sie, das Produkt ist heute nicht mehr das Problem, auch nicht die Verfügbarkeit eines Produktes. Der Kunde hat die Wahl und die Produkte werden sich leider auch immer ähnlicher, zumindest im Design und auch in der Innovation. Wir können das aber auflösen, indem wir dem Kunden einen besonderen, aufmerksamen, herzlichen, freundlichen und vor allem authentischen Service liefern. Auf den Autoservicetagen diskutieren die Fachbesucher Entwicklungen auf dem Servicemarkt, wie zum Beispiel neue technische Herausforderungen und die Rolle von Online-Werkstattportalen. Die Besonderheit, sich damit zu beschäftigen, was Zukunft ist, was gegenwärtig sich verändert, das ist eigentlich das ganz massiv herausragende und das Wichtige. Diese Branche muss sich anpassen an die anderen Verbraucherverhalten. Und genau da werden wir hier darauf aufmerksam gemacht. Die Autohändler müssen in der Zukunft speziell darauf achten, zum einen mehr mit Daten zu arbeiten. Das heißt, Big Data, ich muss die Kunden kennen, deren Wünsche, deren Bedürfnisse, das muss ich auch sehr weit vorausschauend beherrschen, damit ich überhaupt noch in der Lage bin, Automobile zu verkaufen, weil der Wettbewerb wird es irgendwann können. Experten des Servicemarktes teilen in Vorträgen ihre Erfahrungen und Serviceideen. Damit setzen sie Impulse für einen spannenden Erfahrungsaustausch. Ganz tolle Veranstaltung, um auch die Branchen intern nach extern Redner mal zu hören, was sie denn anders machen wie wir und dass sie auch erfolgreich damit sind. Ich finde die Autoservicetage sehr spannend, weil es ein Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten ist, mit sehr erfahrenen Menschen aus der Branche. Egal, ob das jetzt Händler von Marken sind und natürlich dann entsprechend Markenwerkstätten oder auch freie Werkstattsysteme. Die Autoservicetage sind für uns definitiv ein Branchentreff, weil sich hier halt genau die Service- und After-Sales-Leiter treffen, die das Thema Digitalisierung, was ja heute auch das Motto ist, sich stellen und auch spannende Konzepte vorstellen. Meine Zusammenfassung aus diesen Autoservicetagen ist, es ist sehr spannend, weil es eine breite Palette von Themen ist, weil es eine breite Palette von Teilnehmern ist und die Aufgeschlossenheit zum Gespräch sehr groß ist. Der Austausch stand auch auf der Auftaktveranstaltung am Abend zuvor im Mittelpunkt. Eine Kommunikationsplattform für Gespräche in entspannter Atmosphäre. Eine Kommunikationsplattform für Gespräche in entspannter Atmosphäre. Eine Kommunikationsplattform für Gespräche in entspannter Atmosphäre. Uh Unggänglich. Eine Kommunikationsplattform für Gespräche in entspannter Atmosphäre.